Läuft die Kamera schon? Jo! Liebe Crossfit Community, herzlich willkommen zur April Challenge unserer Crossfit Passau-Box. Heute auf dem Programm werden wir Airbiken. 30 Kalorien für die Jungs, 20 Kalorien für die Mädels und wir werden 400 Meter laufen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Martin und Laura für den Sieg der FIBOA Challenge. Hoffentlich findet sich diesmal jemand, der Martin vom Tron stoßen kann. Und jetzt hätte ich vorgeschlagen, dann verschwenden wir noch mehr Zeit und schauen uns das Workout an. Kommt mit mir mit. Ihr seht schon, das Airbike ist vorbereitet, wird markiert, sodass es gleiche Voraussetzungen für alle sind. Denkt bitte dran, wie ihr um die Box läuft für die 400 Meter, das bleibt euch überlassen, rechts rum oder links rum. Euer Workout endet, wenn ihr das Airbike anschlagt. Und jetzt schauen wir uns das Workout von Coach Daniel an, wie er das durchturnt. Daniel, es geht los, auf die Plätze, fertig, GO! So! 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 Oh my god. So, das ist das Workout. Euren Judge besorgt ihr bitte selber. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei dieser Challenge. Bis zum nächsten Mal.